Hallo Freunde der Spielkultur! Heute Partysans 1941 in der Release-Fassung. Wir haben ja damals die Beta schon gespielt, beziehungsweise schon relativ weit fortgeschrittene Preview-Version. Und danke unheimlicher Sigi für dein Twitch-Prime-Abo. Heute fangen wir eine neue Kampagne an und führen nicht die alte weiter, weil es natürlich Version 1.0 einige Patches gibt und so weiter und so fort. Und deshalb sollte man, denke ich, mal besser neu anfangen. Dadurch kenne ich aber die ersten vier Missionen schon, weil wir das alles schon mal gespielt haben. Und bin gar nicht mal ganz so doof. Das Speichern während der Mission ist gesperrt. Der taktische Vorsitzende verlangsamt die Zeiten nicht. Das fände ich aber richtig doof auf schwer. Vor allem weil leicht beim ersten Durchspielen empfohlen wird. Dann werde ich mich auf normal bleiben. Ich weiß, wir haben ganz oft gespeichert. Auf dem, auf 22nd, 1941. Die Armed Forces of Germany launched a surprise attack against the Soviet Union. The great patriotic war of the Soviet people against the fascist invaders began. In the first several months, the Soviet forces suffered devastating losses, fighting against a battle-hardened and ruthless enemy. The Red Army was forced to retreat. The invaders stormed their way forward, raising Soviet cities to the ground and burning down villages along the way. Minsk, Smolensk and Novgorod fell. The German Air Force bombed Kiev and Sevastopol. Threat loomed over Moscow and Leningrad. Thousands of Soviet soldiers were surrounded, trapped in salience. One of them was a commanding officer of a rifle company, Captain Zorin. During an attempt to break out of the encirclement, he was taken prisoner and shipped to the nearest Dulac. He was supposed to be transferred from the prisoner of war camp to an internment camp. Fully aware that this would be a one-way ticket for him and his comrades, Zorin began work on a breakout. But the Germans discovered his plans. It took a long time, until we took these two in the woods. Captain Zorin, I've been informed that you put the prisoners up to a riot. What are you trying to do? Your war is over. Soon it will be over for the Red Army too. I wouldn't be so sure. We'll be chasing you all the way back to Berlin before long. Our victory is old but certain. Neither Moscow nor Leningrad can hold out for more than two weeks. You don't stand a chance against the might of Germany. We, Aryans, are born to rule the likes of you. All humans are born equal. But you, Hitler's filth, you are human. You are not human. What a shame. Bring him out to the execution. So good as the earth is, Herr Commander. Hold on. Hold on. Go ahead, you bastard. Shoot. There's 170 million of us. You can't shoot everyone. Hold on. Hold on. Hold on. Go ahead, you bastard. There's 170 million of us. Come on. The sergeant must have started the riot. I wish I were with them. Now I'll have to escape on my own. I can't even hold a rifle. My hands are tied. I'll try and sneak along the fence while the guards are looking. Okay. Kamera-Dreh mit Q. E. Klassiker. Das ist aber eigentlich ganz schön, dass die Deutschen wirklich Deutsch sprechen. Das passiert in zu wenig Spielen, die hier mit, äh, die sag ich mal ein Weltkriegsszenario dann haben. Wo dann plötzlich die Deutschen Englisch sprechen die ganze Zeit. So, dann werden mir nur die Wachen gezeigt mit den Lichtkegeln. Mit Rest kann ich die anzeigen. Ich muss halt nur warten, dass sie sich woanders hindreht. Später kann ich die ablenken mit Steinen. Mit der 5 schnell speichern. Ich mach's ein bisschen schneller als damals, weil ich hab in der Preview ja, bin auf viele Sachen eingegangen. Da sehen wir übrigens das Verladen der Gefangenen. Der Gefangenen. So, linke Maustaste können wir sprinten. Also wenn wir zweimal antippen, sprintet er rüber. Und da kriegen wir die Infos, weil wir mit der Umgebung interagieren können. Zum Beispiel uns hier verstecken. Die Wache war kurz alarmiert, reagiert aber nicht auf uns. Gehen wir raus und hauen weiter ab. Und ja, ich streiche einen Mobs auf meinem Schoß. Und es ist schwierig, die Balance zu halten. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Gehen wir raus. nochmal Ausrüstung. Jeder Super-Schurke muss ein Tier auf seinem Schoß haben, das ist vollkommen richtig. Lautloses Töten, wo wir auch Leichen verstecken können. Krieg ändert sich nie. Töte 100 Leute. Ja, es hat nur damit zu tun, anscheinend sind meine Errungenschaften von der Beta mit übernommen. Hast du irgendwie einen Streamplan oder machst du das je nach Laune und Gesundheitszustand? Zur Zeit mache ich das Laune und Gesundheitszustand. Nein, ich habe keine Katze. So, Leichen werden in den Büschen erst gesehen, wenn wenn sie es betreten. Aber wir können uns in dem Busch auch verstecken. In den Büschen machen wir natürlich Geräusche, aber wenn wir stehen bleiben, vergessen die uns auch schnell wieder. über die Zäune springen. Obwohl da ist Rube die Katze im Chat gerade. Der könnte so gesehen meine Katze sein. Fertigkeitsbaum, der Charakter hat eine neue Stufe erreicht. Du kannst jetzt Fertigkeitspunkte verteilen. Und wir sollten Essen und sowas mitnehmen, weil später gibt es sowas wie eine Lagerverwaltung. So, Messerwerfung. Bitte bestätigen, dass wir die Fertigkeit lernen, weil Messerwerfung total super ist. Hupsala, Hund nicht runterhüpfen. Aua, Aua, Hund, du stehst auf meinem Fuß. Du machst nur ein Loch in dem Bau. Ich könnte da weitermachen, wo ich aufgehört habe, das ist korrekt, aber ich fange das Spiel lieber von vorne an und mache die paar Missionen wieder, weil es auch ein Unterschied ist, in der 1.0 Version zu spielen oder eine Preview-Version. Ich bin auf dem. Ich habe einen. Danke für die Hose. Bringt alles EP. Was wollte ich sagen noch wegen dem Streaming-Plan? Ja, zurzeit ist Lust und Laune. Ich würde irgendwann wieder mal zu einem festen Zeitplan wechseln. Aber es ist immer schwierig, weil es kommt immer mal was dazwischen. Dann sagst du dir irgendwie, ja, ich mache nur 40 Stunden Stream die Woche und dann hast du plötzlich trotzdem mal 50 Stunden oder 60 Stunden, die du irgendwie online warst. Aber eigentlich war mal das Ziel, dass ich um 14 bis 18 Uhr streame und dann, wenn, Viertel nach. Viertel nach 8 wieder. Das war so die Zeiten. So, jetzt kann ich die ablenken mit dem Stein. Und eben hier durchgehen. Da hinten kommt ein Helfer. Sanjog. Trag mich, mein Freund. Da kommt ein Mann mit einem Messer auf uns zugelaufen. Und ich finde das Spiel hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen bis jetzt. Also es ist ja schon ein paar Tage her, dass es rausgekommen ist und es lässt sich so sauber spielen vom Interface etc. Dass es echt schade ist, dass es so ein bisschen zurückbleibt, finde ich. Ist er besser? Die Medizin hat noch nicht geklappt, aber er wird alles gut. Du hast keine Ahnung, wie hart er ist. Ein wirklicher Lesgaffer-Mann. Ein Lesgaffer-Mann? Was ist das? Er ist ein Athletiker. Ein Studenten der Universität der Gesundheit und Sport in Leningrad. Wir spenden die Nacht hier und bleiben in der Morgen. Sanek hat eine Dugout in der Flüge. Es muss sein Trophim. Er ist ein Hunter? Ja, ich... Yikes! Look! Die Polizei! Sie suchen uns. Was werden wir tun? Sie und der Sergeant bleiben, Sai. Ich gehe und sage Hi. Holden. Da ist ein Stach unter dem Boden. Es ist der Polizei. Es ist auch spielerisch, sage ich mal, was anderes, als wenn man Desperados oder Commandos gespielt hat. Weil Desperados, das fand ich an einem Magazin ein bisschen merkwürdig, den Vergleich, weil das Spiel hier ist ja nicht mehr Commandos. Commandos ist auch ein sehr enges, durchgetaktetes, sage ich mal, Spiel, was man halt eher schon mit Schach vergleichen kann. Genauso wie Desperados, weil es gibt meistens genau einen Weg, um eine Situation perfekt zu lösen. Und hier hast du ein wenig mehr Freiheiten, dadurch, dass du halt auch den offenen Kampf suchen kannst und nicht dazu gezwungen bist, alles sneaky zu machen, weil du sofort von 10.000 Gegnern überrannt wirst, sobald du Krach machst. Das finde ich hier wirklich besser gelöst, weil man fühlt sich nicht so massiv eingeengt, vor allem in den späteren Missionen. Hast du ja die Entscheidung, in den Hinterhalt zu legen und die da reinzuholen oder, sage ich mal, erst mal die Gegner auszudünnen, als kann beides halt funktionieren. Und das finde ich hier bedeutend angenehmer gelöst. Und ich mag diesen etwas düsteren Stil. Also es ist ja absichtlich sehr farblos gestaltet. War halt auch eine Zeit, wo es nicht wunderschön war. Beziehungsweise wäre halt komisch, wenn hier alles in vollster Blüte wäre. Die Entdeckung und Entdeckung bist du deutlich schwerer zu treffen. Hmm. The area is a swamp, and it's been raining hard. If you're going to get to the forest, the causeway is your only chance. The causeway is just outside the village. Take the backyards, but don't get spotted. Sannik will show you the rest of the way. What about you? Are you coming with us? I'll only slow you down. Go. I'll see you when things settle. Thanks a ton, Uncle Vasya. We can't fight without firing a shot. Let's take some weapons from the fascists. In the fall sagen ja viele einfach, oh mein Gott, schon wieder Nazis töten. Ist halt so. Ah. What do I do? So. Ihr beide wart ja durch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der MP hat der am Anfang auch nicht. Siegchancen im Nahkampf werden verbessert. Und du lennst die erste Hilfe. Hast du direkt zwei Level-Ups? Okay. Das Tarn ist auch recht praktisch mit dem. Und die wird's unser Granaten-Profi. What? Nimm mal den ganzen Kram rüber. Dann kannst du den mal eben verarzten. Ich glaub, es war mit dem hier, oder? Oder? Irgendwie ist eine Sache, die ich mir wirklich auch für Baldur's Gate 3 wünschen würde. Ich rede zu viel von dem Baldur's Gate 3. dass du halt so mit der Party umgehen kannst, dass du halt alle drei auswählst. Also wie in RTS-Steuerungen anstatt dieses, äh, wir ziehen Truppen zusammen, die laufen wir zusammen. Weißt du, dass die Karak 98 die deutsche Kopie des M1 Grand ist? Jetzt weiß ich's. Du hast in deinem Inventar nur begrenzt Platz. Das ist übrigens, dass wir Sachen verteilen, so wie ich das gerade auch gemacht habe. Und man kann die Karten halt auch nach Ressourcen immer absuchen. So, Partisan von 1 bis 3 auswählen, und mit App 1 wählen wir alle aus, automatisch. Das ist ne gute Steuerung für ne Party. Und Hades sagt, das ist falsch. In dem Moment, äh, Merkpoint sagt, das ist falsch. Was ich grad gesagt hab. Das ist, was diese Politiker sind. Sie sind der Kommandant für Geld. Sie sind besser als die Deutschen. Welcher Typ einer Person würde die Faschisten und ihre eigenen Leute beurteilen? Na, es gibt ein paar von ihnen da oben. Lass uns das fragen. Deshalb sollte ich auch nicht den Chat einfach vorlesen. So, Unterschied, Waffen sind Unterschied, gut auf den Distanzen. Er hat sowas wie ne Shotgun. Meine anderen beiden Kollegen können vor'n bisschen näher kämpfen. Hä? Hm? Ja, er trifft ganz gut auf ne höheren Reichweite. Lass mich jetzt nicht lügen. Das sieht eigentlich besser aus. Ich überlege grad, konnte ich nicht den Slow-Mo-Modus auch so aktivieren? Per Tastendruck, Steuerung, Fähigkeit aktivieren, Gegenstand verwenden, Schnellspeichern, Basisaktion aktivieren, Left-Control, Fertigkeitsbauen, taktische Karte. Aber es gab ja den Taktik-Modus. Das K98 gibt es seit 1998 und das M1 Gerern seit den 1930er Jahren. Hm? Ich bin verwirrt. Geht doch. Auch wenn er keine Deckung hatte. Das Risiko mussten wir eingehen. Ich will sie fürwendig sein. Wir haben übrigens die Feindleichen, glaub ich, alle gelootet automatisch. Übergreifend, dementsprechend ob die nah beieinander liegen. Ich teile direkt die Munition richtig zu. Ich kann es tun. Gruppenkampf. Es kann eine Herausforderung sein, deine Gruppen zu steuern. Nutze, verstecke, um die Überlebenschance deiner Crew zu verbessern. Taktik-Modus. Da ist er. Der hat nur bis grad noch nicht funktioniert. Ist das D&D-Game schon zu Ende? Nein, das D&D-Game ist noch nicht zu Ende. Das werden wir die Tage noch spielen. Keine Sorge. Aber ich wollte Partisan1941, das ist auch auf meiner Liste gewesen noch. Und das wollte ich auch noch spielen. Und das werden wir... Es sind 15 Minuten. Wie lange streamst du schon auf Twitch? Eigentlich ist mein Twitch-Account schon ziemlich alt. Von den Anfängen von Twitch. Ich will, dass ich sinnvoll bin. Ich hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Es ist wie, die Hieber und Seek spielen. Hey, da kommt ein Junge einfach aus dem Wald gelaufen. Ach, das ist schon cool. Ich vertraue ihm. Ich auch. Ich vertraue dir. Hier mal rüberhüpfen. Hm. Als nächstes ist der da. Oder lieber den. Ich weine es nicht. Rüber in die andere Deckung. Sehr schön. Ohne, dass wir einmal getroffen wurden. Höhere Trefferchance mit der Pistole. Oder mit Gewehren. Rennen im Kampf kostet weniger Ausdauer. Na komm, wir sind Pistolenschütze. Aha. Tut mir leid, Leute, dass wir so eine Sauerei gemacht haben bei euch. Worum geht's in dem Spiel? Wir sind eine Partisanengruppe. Die aus dem Gefängnis eine, ja, der deutschen Besatzungsmacht geflohen sind und versuchen den Widerstand aufzubauen. Während wir darauf warten, dass die Rote Armee zurückschlägt und Deutschland zurückdrängt. Aber so weit sind wir eigentlich noch nicht in der Geschichte. Wir können doch später entscheiden, ob wir die Bevölkerung bestehlen. Zurzeit ist das noch nicht drin in der Mission, aber in der späteren Mission müssen wir halt dann entscheiden, ob wir Utensilien mitnehmen oder liegen lassen. Angriff aus dem Hinterhalt, nutze Deckung, um aus dem Hinterhalt anzugreifen. Du kannst den Verhaltensmodus im Kampf ändern. Ist der Verteidigungsmodus aktiv, schießt den Partisanen erst auf Befehl. Im Verteidigungsmodus haben Partisanen bessere Chancen, nicht getroffen zu werden. Du kannst diesen Modus durch Drücken von T aktivieren. Aha. Das hat schon ziemlich viel Munition verbraucht, mein Freund. Und hier kann man auch Spaß haben, gleich. Hm? Get down. How long do we have to hide here? What if they're still here? We'll teach them a lesson. Shot the bastard! Das waren sie. Calm down. Da ist nämlich die Geschichte. Wenn du dem Ort etwas stiehlst, sinkt die Moral des Trupps. Du kriegst halt gewisse Boni, wenn die Moral oben bleibt. Calm down. Deshalb lasse ich das gerade mal lieber. Das ist mir. Können später in unserem eigenen Lagern auch die Leute losschicken für Nahrungsmittelbeschaffung und so weiter. Ja, ja, Granaten, bla, bla, bla. Quiet. Granaten sind eine wunderbare Sache, wenn man damit einen Haufen Nazis in die Luft sprengt. Warum? Es sind doch gar keine Nazis, es ist Hilfspolizei. Es sind Ortsansässige, die den Nazis helfen. Easy now. Hm? Easy now. Ich hab die Leichen gelootet, wenn ihr aufpasst. Ich hoffe, wir werden hier nicht getroffen. Hä? Ich kann das machen. Es ist wie ein Haufen, Haufen und Seek. Hm? Der Krieg ist nahe. Was mache ich? Hallo, Tricool. Upsala. Ja, weil der da hinten steht. Halt dich. Was mache ich? Du hast eine Aufgabe für mich. Du hast eine Aufgabe für mich. Gnacken,atta-a-a-a-a-a-a! Granate! Ach, das hat echt Vorteile, das schon mal gespielt zu haben. Da sieht das alles gekonnt aus von mir. Nee, nicht Déjà-vu. Letztes Mal habe ich sie nicht so getötet. Ich glaube, ich habe die Granate hier hinten bei den Offizieren benutzt erst. Aber das sind wirklich Deutsche. So, normalerweise kann man die Karte verlassen, aber ich weiß genau, dass man noch Sachen finden kann. Okay, die Mission spiele ich weh schon das dritte Mal. Was nächstes? Hm? Uppsala. Du hast eine Aufgabe für mich? Und ja, Schüsse werden nicht so weit gehört. Hm? Mit der habe ich nämlich nicht geredet. Ich bin nicht so weit, Schüsse werden. Ich bin nicht so weit, Schüsse. Ich bin nicht so weit. Da bin ich nämlich damals nicht hingegangen, an der Kirche. Ich bin nämlich direkt bei der Mission rausgegangen. Will mir nur recht entsinne. Oh, es gibt's doch nicht, weil er sich an die falsche Seite gestellt hat. Okay. Und jetzt ist das... Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Aber ich bilde ihn rein. Ich bin nicht so weit. Es geht mir nicht! Oh, man, down! Ich bin nicht so weit. Ich wollte eigentlich hinten im Lager den erstmal ausschalten. Aber der Junge ist in Deckung gegangen und dann ist ihm seine Tarnung fliegt dann auf. Weil es ja ungewöhnlich ist, dass jemand in Deckung geht. Richtig, könnten Jäger sein, die mit Granaten jagen gehen. Es ist Kriegsgebiet. Da kann es schon mal knallen irgendwo. Ich lasse den Laden hier. Ich will auch im Wald leben. Wie die Partisanen halt. Gibt es da eine Goldkiste in der Kirche? Wir haben auch kein C&C gespielt hier. Krass. Was ist das denn für ein Lager? Da hat jemand unter dem Stein lauter Ressourcen versteckt. Im Wald. Jetzt nur noch drei wirkliche deutsche Offiziere töten und dann können wir das Gebiet verlassen. Ich mag den Slow-Mo in dem Spiel auch, ey. Jedes Spiel sollte ein Slow-Mo haben. Ich glaube, die haben die Distanz fürs Messerwerfen etwas reduziert. Ich will nicht sagen, wir greifen an. Ich will nicht sagen, wir müssen sie lernen. Ich will nicht sagen, wir müssen sie lernen. Ach cool, Fotografie gefunden für die Geschichte. So, die MK-Fähigkeit und du nimmst jetzt das mit der größeren, oder, hm, hm. Pardisar macht weniger Geräusche beim Bewegen. Das Überklettern von höheren Zäunen, das war glaube ich erst ab Mission 4 sinnvoll. Aber damit ist die Mission abgeschlossen. Und ja, dadurch, dass ich in Duisburg lebe, ist das eigentlich schon wie im Nirgendwo. Ich habe alles getötet, was da war. Hier machen wir den Break von der ersten Folge, muahaha.